Musik So, ich baue jetzt hier erstmal ein paar Pilze, äh, ich bin tot Ich bin einfach tot Mann, das gibt's doch nicht Von nem Creeper, Alter Schon wieder Jo Leute und willkommen zu ner neuen Runde Äh, Lucky Titan Ich will ja, wie ihr wisst, snipen Und Ich geh drauf Äh, jetzt Das Zielding da ist auf Dreamtoon, Dreamtoon, Dreamtoon Oh mein Gott Neil, sie sind da Zimba Immer noch, äh Keine, keine Endgame-Sounds Äh, das ist Jetzt ist grad ein Problem von mir Aber das, das, das muss ich jetzt Das muss ich jetzt so hinnehmen Halt, so wie's ist Äh, aber egal Ähm, ich geh jetzt erstmal Oh meine Ficke Äh Mann, Scheiß Äh Muss ich jetzt erstmal Mich hier einbauen Oh, okay Ähm Okay, Alvi wird gekriegt Sehr gut Äh, ich will Mir nen, ich hab drei Äh, Titan-Shirt machen Äh, das Müsste genau hinpassen Dann wird die Trin-Rüstung machen Und mich verpissen Äh Äh, Titan 1, 2 Äh, nö, funktioniert nicht Fuck Ich bin am Arsch Ich weiß nicht, wie man es macht Kurvo Und Kurvo ist nicht da Oh man Äh, Titan, 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 Ingress Ja, Alter Ja, ich will nur schauen Wie man es macht Titan Powder Ja, die GB macht man Titan Powder Titan Powder Mache ich mit Einen braunen Banner Was? Warum brauche ich Man braucht Wolle Warum braucht man Wolle Ich hab keine Wolle Och du Fuck Ach du Ficke Äh, okay Jetzt wird es immer chaotischer Ich schaff das niemals Ähm In der Zeit ja Ähm Egal So Okay Ähm Muss mir Kohle holen Dann Kann ich Äh Ja Keine Ahnung Ja mach Mach einfach Auch wenn das jetzt Voll Cross Team ist Aber egal Das ist ja nicht verboten Das jemand anders In der Aufnahme ist Ähm Ja, sag einfach Hallo Äh Iron Äh Titan Titan Titan, Titan, Ingress Ja Fürs Schwert Wat? Fürs, hä Fürs Ingress Geht Hä Nein Oh Warte Nein Ich brauch Titan Powder Und halt Ach Fuck Ja Und den mach ich aus Die ist Und ich hab Ich hab nur Ein Oh Fuck Okay Ich muss Für Mein Leute Nein Mein Soll ich Einfach Jetzt Drauf Gehen Ganz Yolo Eisen Eisen Gut Das ist Dreamtum Ich könnte Ich könnte es echt schaffen Ich könnte dann mit denen in der Höhle Farmen Oder Was Kann sein Ich glaub ja Ich hab Full Zitrin Ja Never Ja Weil ich will halt Kubo wieder Beleben Wie einige wissen Ähm Komm weißt du was Ich muss eh hoch Also Neues Den kann ich mir sowieso holen Neuen Standpunkt Also wieso Geh ich nicht grad Dorthin wo Streamtum ist Und schau mal Äh Vielleicht Kann man da Ja was finden Ja Titierst krieg ich noch Ne Nachricht Äh So Da muss ich mich Hochbauen Irgendwie Äh Hehe He Facke Äh Ein obsidian Das war Das war mich jetzt schon ab Weil Wie vielleicht einige wissen Kubo ist schon wieder gestorben Ich schaff's irgendwie nicht Genau Mops Mops sind dem zu hart Oh scheiße Racer Ich hör Man Man hört dich ja in der Aufnahme nicht Perfekt Perfekt Egal Dann Dann Mutig Dann Mute ich halt wieder Äh So Okay Ähm Ich geh jetzt einfach YOLO dahin Weil Äh Das war das dümmste Was ich jetzt machen könnte Nein Mann 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 Egal So Äh Ja Ich hab Nicht mehr so große Hoffnungen In das Projekt Also ich mach wahrscheinlich Monoron gegen Milat Ja 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 Okay er fällt sich gerade ein Ähm Das ist verstörend Ja Und jetzt Und ich spawne eben mehr Was Ich werde dringend Wenn ich oben bin Ich werde dringend Nein Creeper Zwei Herzen Was Bitte nicht Please not Please not Ne ne Ich ertrink nicht Das ist das offene Meer Was Hä Als ob Ich muss jetzt Ich hoffe dass ich äh Dreamtun Und Kampfnobis Hölle verinnere Aber wenn dann auf jeden Fall Die Nähe davon Ach man Die sind zu früh Gejoint Äh Ja Wo ist jetzt durch Danke Ich muss auf jeden Fall Den Wald finden Ich glaub da war Ja da waren wir Okay Hm Ich kann's halt schon schaffen Aber ich hab kein Essen Was Jetzt war'm Arsch Oder hab ich wirklich kein Essen Bitte nicht Dann muss ich jetzt mal warten Ähm Och man Mann Leute ey Ich wollte jetzt hier das Projekt retten Und ich mach's nur noch schlimmer Ähm Eigentlich Ähm Hm Hm Egal Vielleicht befinde ich jetzt Dreamtun Wir haben Ich muss jetzt da knucken Okay Ja So Jetzt muss ich schnell sein Ja wow So unfähig Unfählich So, hier geht es aber nur noch, hier werden die Kosten noch schlimmer, hier ist die Hülle wo ich runtergegangen bin, bin mit ihm, da bin ich mir sehr sicher, also es geht hier Richtung, in die Richtung, hoffe ich. Sieht auf jeden Fall, denke ich, ganz gut aus, bitte ist das so ein kleiner Bach, ja, ist jetzt richtig, ja, 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 hier waren wir, hier waren wir, ja, das heißt Dreamtune ist hier um die Ecke, ja, das ist zu groß, weiß ich jetzt, hier durch, ja, sie ist jetzt hier, circa 100 Blöcke, ich will kein Essen lassen, das ist das Problem, ich pass auf, pass auf, es ist ein zweiter, über dir kommt auch noch ein, oh shit, viel nach Herzen, viel nach Herzen, das ist ganz, ich glaube, das ist die Hülle, ja, das müsste jetzt hier runtergegangen, ich gehe jetzt einfach ohne alles drauf, ich entschalte meine, ähm, mein Schwerd auf, Ding, Schwerd 1, ja, Schwerd, oh, ich kann noch einen Ambus machen, ich mache mir einfach jetzt Schwerd, zwei Schwerd, ganz schnell, reicht, kann ich drei machen, muss man mal ausprobieren, ja, das ist halt perfekt, jetzt bin ich ziemlich aufgeregt, ähm, oh mein Gott, boah, mein Küper, nee, ich kann mir einen Zitrinen-Shit machen, noch besser, das hat doch 24%, hä, nein, ach, scheiße, war ruhig so, ne, scheiß halt, warum, äh, bruh, so, ich hab halt nicht mehr lange Zeit, egal, äh, das muss ich jetzt noch schaffen, ähm, so, wo kommt die halt runter, ja, 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 chill, okay, 25% Poisten, auf Schärfe, Schärfe da, und noch ein Zitrinen-Shit, muss noch eins machen, und dann, dann habe ich, dann kann ich die ficken, und wenn nicht, dann kann ich die trotzdem noch nächste Folge ficken, das ist auch noch so ein Vorteil, äh, so, Wow, Quiva, oh, Scheiße, unsere Chase ist kaputt, ich krieg kein, ich krieg kein Schärfe, Wie ist das das? Ist das der Ernst von dem Spiel so? Kampfkürbis wird in 60 Sekunden gekickt? Fast, nein. Jetzt muss ich mich echt stressen. So. Nein. Man hört dich nicht, deswegen sag am besten einfach gar nichts. Weil man hört dich genauso wenig in Aufnahmen, wie man in deinen hört. Äh. Was hör ich weg? Das. Ähm. Ich snipe gerade Blümdunger. Hoffe ich jedenfalls, dass ich das schaffe. Hier ging sie glaube ich runter. Ja, müsste sein, dass sie hier runtergegangen sind. Bitte. Ich habe einen Mob-Spawner. Und der wurde auch nicht geloopt. Ich bin tot. Fuck! Fuck, Mann! I'm ready to go, I'm ready to go, can't do it alone, can't do it alone, I'm ready to run, in the heat of the sun, can't do it alone, can't do it alone. I'm ready to go, can't do it alone, I'm ready to find this mountain inside impossible heights. Said you'd always be my white blood Circulate the right love Giving me your white blood I need you right here with me Said you'd always be my white blood Elevate my soul above Giving me your white blood I need you right here with me Here with me I'm ready to go I'm ready to go Can't do it alone Can't do it alone I'm ready to run Will the heat of the sun Can't do it alone Creeper Was Wie scheiße Opel sind die mal Junge was Fuck man Fuck this Nee Was war das man Ohne Scheiß Nee ich kann's nicht fassen Was man Was alter Und das war's mit Titan Leute Ich kann's nicht ganz fassen Wotafuck Ich bin raus Gut Ja das war's mit dem Projekt Mir echt leid dass ich euch hier enttäuscht habe Ich weiß dass es Dislike Series Resort wird aber Ist mir jetzt auch scheißegal Ja ich hab's Projekt komplett verkackt Tut mir leid Bis auf das Blatt Das war noch gut Und der Rest war kacke Ich bin raus Man sieht sich bei anderen trumpet So I'm ready to go I'm ready to go Can't do it alone Can't do it alone I'm ready to run Through the heat of the sun Can't do it alone Can't do it alone Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017